Das interessiert doch keinen Planeten Da sind wir! Auf einem Planeten! Und jetzt mit Rechtsklick könnt ihr scannen wo was ist New Creature Data send to Terminal Ich hab jemand die Coil Ja wir suchen den Main Entrance Ja wir sammeln Unser Job ist Sammeln Wir brauchen kein Wert Wir sollten beieinander bleiben Was? Genau Was sagt ihr? So Nö Aha da steht schon immer noch im Dach Bin ich? Warte mal Ja jetzt komm bei! Wusstest? Wo ist der Eingang? Ich denke mal hier ist kein Eingang Nicht laufen! Nicht fallen! Jo Gibt's Fallschaden? Ich weiß es nicht Ich denke mal Alter Oh! Ich glaube schon Ähm Vorsicht Da sind Bienen Ähm Was ich weiß ist Wir müssen seine Leiche mit ins Flugzeug nehmen War das Dested War das Dested? Ja das war Dested Ehm Ehm So Hot Scrap Hahahaha Geht das jetzt erschrocken oder was? Er ist runter gesprungen Er ist zu früh abgesprungen Achso Es gab gerade die Meldung Nutscrap Ja weil ich ihn reingeschmissen habe Dafür kriegen wir Geld Toll! Chaos Grüße von Michi Michi? Äh Der guckt scheinbar Pen & Paper mit Ah ok Cool Danke Er kommt drauf an Wölsche Die haben ein Beehive Das bringt viel Geld Aber das zu holen ist Hier ist ein Kürbis Ist euch das aufgefallen? Kannst du ihn aufnehmen? Ich weiß nicht ob du den getragen kriegst Hier den großen Ja Mit Rechtsklick scannen bis wir den Eingang finden Tschüss Vöckelchen Wir sind noch mehr Bienen Ah das sieht Wir sind richtig Hier lang Wo lang? Da vor uns ist ein großes Gebäude Müssen wir jetzt nur einen Eingang finden Jitos Der Litos Nein Ja renn doch Ty Er ist reingegangen Hey Hey Hier lang Hier ist der Eingang Hi 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 Oh Gott, halt das hier drin Ist das laut Gibt hier ein Flächleit oder so? Ja das müssen wir uns kaufen Mit rechts klicken Hallo? Hi Yeti wo bist du? Was? Der Jedi ist weg Was? Der Jedi ruft nach uns Was hast du daran? Eine Bürste Eine Bürste Oh Gott Wenn du Items findest mitnehmen und vor die Tür legen weil hier drinnen könnten sie aufgefressen werden Aufgefressen Aufgefressen Sehr schön Warte mal ich muss euch mal... Muss ich euch runterdrehen? Wollte eigentlich passen Boah Hier muss er... Yeti? Yeti Ich glaube Yeti hat den Yeti gemacht und ist hier runtergesprungen vielleicht Ah da 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 ich weiß wo er ist ich weiß wo er ist Hm Yeti? Wo bist du? Yeti Ich hab Flaschen Oh Gott ernebt noch Gott sei Dank Hier lang schnell Nein Yeti ist tot Ja geil Tschau Du kommst doch nicht mehr raus Yeti Ich bin alle totes Noch lebt noch Er frisst ihn jetzt Und das Vieh rennt irgendwo hoch Das sind Viecher die am... Deshalb sollte man immer scannen Wo bist du? Ah du hast Yeti geholt Wo bist du? Ah du hast Yeti geholt Wollen wir schonmal... Wollen wir erstmal zum Schiff zurück das abgeben und ähm... Jungs wieder belegen? Können wir... Dann müssen wir auf den nächsten Planeten Ja ist ja egal Ich mein es ist doch scheiße wenn wir das 2 das alleine machen wenn die... Nur ganz kurz noch... Ein bisschen Loot sollten wir noch holen sonst kommen wir nicht immer mal über die erste Quota Ja ok Ähm... Ich hab... Jaa ohne Licht ist Mist oder? Nö nö geht schon Aber hier ist nix Ah ich hab'n Fire Exit Ah ich hab'n Fire Exit Ja nun... Na gut Ja dann... Kommst du? Grütos Das sind Bienen Das sind Biene Ja dann komm bei Drau... Draußen sind Bienen Ja Da war noch ne Tür links Ja aber die war zu Ich nehm' Yeti Ok ich nehm'n Rest Oh nicht über die Brücke gehen Also doch du kannst über die Brücke gehen glaube ich Warum? Weil die irgendwann zusammenbricht wenn man zu schwer ist Ja ne ne ich ich folge dir nach also Bin nur etwas überbelastet deshalb wenig Stamina Ja das ist alles sehr belastend hier Jetzt müssen wir das Schiff wieder finden Ja das ist doch der richtige Weg oder? Ich hoffe Also hier sind die Bienen Hier sind überall Bienen Und es wird langsam spät Ja hier ist der Kürbis der andere Das ist... Das ist ein gleicher... Pssst Das macht bum bum Mhm Hier ist irgendwo ein Riese Ich seh' ihn Ich seh' ihn Nein! Er mich auch Herzlich willkommen auf deiner Seite Nament! Ja was macht er jetzt? Na... 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 Destry bist du gestorben? Bienen Ah... Also ich hab' kein Wiesen ausgewählt Chaos Er rennt! Das war kein Supersee-Wend Ja viel Spaß damit Sorry! Nein! Was? Ah... Er ertrinkt Hallo! Hi! Hat der gut funktioniert! Hey! Ich hab' euch beobachtet Die ganze Zeit Die ganze Zeit Nein! Wir sind nicht schwimmer Ich war der Paranoideste So! Ja! Hallo! Minus... Ein Body recovered To this left Ja! Anderer Planet Ja blöde Frage Wie orientieren wir uns ohne Karte? Das ist ein bisschen von Hamster Das ist... Es gibt ne Karte aber keine Bokitokis Die Karte? Wie denn? Was denn nun? Da! Ah... Ich meine ne Karte außerhalb des Schiffs Ne das gibt es nicht Das ist schlecht Eine gewisse Türen kannst du auch nur vom Schiff aus öffnen Kann man immer den Pfleger starten? Ja Wie geht das? Ja... Hier Hebel ziehen Achso Los geht's! Das war unser erster Auftrag Erfolgreich wie eh und je Ja... Ich hab einem längst überlegt dich begeistert Dann bist du ins Wasser gesprungen Und dann hast du Yeti geopfert Du hast ihm Yeti vor die Nase geworfen Das fand ich frech Das war da so... Gut ich hätte dasselbe mit dir gemacht Aber ich fand's trotzdem frech Alter das Echo Es ist doch ne Yeti Ciao Vor allem Yeti konnte ich diesmal nicht rausreden aus der ganzen Geschichte Das ist frech Also das ist äh... Ja... Komm Jedi immerhin hast du... Da müssen wir lang Ha! Ah Bienen 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 Immerhin habe ich Flaschen gefunden Ja Was Chaos? Ne also ich sag mal so... Du bist dich als erstes verreckt Main entrance Ähm... Hallo? 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 Ich glaube wir müssen hier runter oder? Glaube auch Hallo? Hallo? Ich sehe da vorne ein Main entrance Das ist das Schiff finden wir doch nie wieder man Doch ganz einfach Er ist da Wirklich? Alles möglich? Wo ist denn jetzt? Ich vermute mal... Bei Boss? Ja Ah! Wo ist denn Best? Ich vermute mal ja, weil bei... Bei... Bei Fasmo bleibt ja meistens auch ein Track Da ist das Arsch dunkel oder so... Da ist das Arsch dunkel oder so... Immer rechts gelönt Wichtigste Regel A B S always be scanning Und immer an die Decke schauen Da könnten Viecher hängen, die euch auf den Kopf springen Gell, DT? Ja Ha? Also ich wusste von nichts Hier ist es zu dunkel Ja, ich... Hier riecht es nach Mett, lass uns umdrehen Ich bin schon dauernd am Scannen Sehr schön Was am Scannen? Was hast du für Jobs noch nebenbei laufen? Ah, hier runter, runter Welches ist denn Koffiemarkt? Let's go! Boah, 5 Dollar Nice Jetzt geht's aber los So, wer stirbt zuerst? Wetten, wetten, heute wetten Du Äh, der ist Ich glaub der ist umschuldig Oh, ich hab Flaschen Ich hab Flaschen Ich hab Flaschen Ich hab Flaschen Ja, das ist mal wieder typisch hier Der Säufer mit seinen Flaschen Na, natürlich Ich stell die mal vor die Tür Ich geh die nicht austrinken Jaja, das stimmt Bei mir ist es wie im wahren Leben Ich hab nichts Ich hab Tested gefunden Alter Alter Nein, ich hab das Töpfel im Ding angeguckt Du kannst ja mit commands ja auch Türen freisch halten Oh, hier sind noch meine Flaschen Hab sie Hab sie Hab sie Achso, doch Puh, ich dacht's wär ein Jack in the Box Ja, ich muss sagen Nicht, dass das Bum macht Hä, aber was ist jetzt aus meinem Magpast geworden? Den hast du auch noch in der Hand Scroll mal durch Achso Stopp Schild, okay So Aber hier Geht jetzt nicht mehr durch Gespräch hat Vor allem die looten hier alle Das ist nur nischt Das ist wie immer Ach, ich geh mal zurück Oh, hier ist Hier ist was drin Ja, was ist Ein Lenkrad und ein Bolt Ja, wir sollten mal langsam ein paar Items zurückbringen Wir sind schon mal für uns gut Nicht? Okay Hier ist fortgeschrittene Dunkelheit Was? Es gibt Landkarten malen Was? Bitte was? Was? Kannen Landkarten malen? Oh, Dest hat was gefunden Wie komm ich zurück? Es nervli Warte, 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 wo ist es? Wo ist es? Da ist es Auf, auf Dest Hab ich auch so eins? Nein, das hab ich gerade von Dest geholt Nein, weil ich auch Leben verloren hab Hast du? Ich hab das Ja Oh, jetzt hast du eins Du hattest eins Ich hab's weggemacht Hä Dein Mark ist hier noch Ich hab's geschenkt Der Koffiemark liegt hier noch Neben dem Wo sehe ich eigentlich mein Leben? Oben links Also nicht der orangenen Balken Der orangenen Balken ist deine Stamina Ja, das weiß ich Und wenn dein Dein Mantschkerl sich da verändert Okay Dann lass uns mal Zeug wegbringen Ja Moment Das muss weg Das muss hier hin Die schmeißen wir schnell runter Ist das nicht mehr wert oder die Kisten? Ich dachte schon freuen Wir sind zu dritt also Müssen wir eh runterschmeißen Yeti, fang! Toll Das hat ja super funktioniert Ich bin vollgepackt Meine Güte Warte nun Und davon jede Menge Ja, das weiß ich Ich glaub Yeti läuft richtig, oder? Keine Ahnung Keine Ahnung Kennen wir ein bisschen Ne, wir sind richtig Ich bin aber ultra langsam Hier ist unser Raumschiff Yeti hat sich verlaufen Yeti! Ich bin hinter euch! Gut! Achso, sehr schön Ich bin hinter euch Hochspringen einfach Wir haben Loot Ich pack's nicht Ja, das ist schön Zählt das jetzt auch hier? Ja Wir sind bei 241 Wir haben unsere Quote. Wir sind reißig. Wir sind reißig. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, Tür zu. Oh, da ist ein Viech. Das gerade direkt an uns vorbei ist. M. Also, ich habe das ganz bestimmt nicht hierher gelockt. Nein, nein. Ist das doch in Ordnung. Nein, nicht konform. Ist das der rote Ball da oder was? Ja. Was sind das für ein Viech? Wir müssen erstmal hier den Haken ziehen, dass wir abheben. Wollen wir den Viech jetzt mit dem Schaufel drüber gehen? Nein, das klappt bei denen nicht. Schade. Was für eine Schaufel? Das ist das Stopp-Schild. Ah. Wir heben mal ab. Wup, wup. Hooray. Yay, DC. Hooray. 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 Jetzt kaufen wir Taschenampen, oder? Ne, wir müssen dann erstmal zurück zur Zentrale. Also erstmal müssen wir nur noch einen Planeten machen, glaube ich. Da ist das was the laziest. Natürlich. Und ich sage, am meisten Schaden kassiert. Hooray rank. Hoop, hoop. Casualties, minus 0%. One body recovered. One day left to meet profit quota. Oh no. Echt? Wir haben die Quota schon? Ich frage dann auf, nur für einen Freund, um dich erstens opfern. Moment. Ähm, Moment. So, Moons. 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 Moons hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Wann gab es ein Quota auf die 100? Was? Nein, Quota ist 130. Hier oben steht's. Ach, da oben sehe ich's. Ah, okay. Ah ja, zieht mal bei den Hebel. Enter fail. Wie hebelst du? Du musst Knopf drücken, oder was? Nein, die ist ein Hebel. Hebel. Wir landen jetzt dann. Landung! Oh, das ist schön, da sehe ich gleich, wo wir hin müssen. Das ist doch schön. Kein langer Weg. Hooray. Ach, das Level B. Cool. Ich will da trotzdem irgendwo hoch. Okay. Da kommt ein Vogel. Ich komme hier hoch. Hoop, hoop. Hooray. Da ist der Main Entrance. Ich geh schon mal rein. Ähm. Wo ist jetzt der Haupteingang? Ah, hier. Hüpf. Dann looten wir doch schon mal. Gott, ist hier dunkel. Hm? Er hat ja mal die Tür zugemacht. Kommt ihr dann auch mal? Was zum Teufel macht ihr? Wie bist du da hochgekommen? Mit einer Leiter. Hier. Hier. Hier ist eine Leiter. Eti? Ja. Ah. Mir lasst. Ich habe eine andere Leiter benutzt. Ach, du auch. Hier lang. Und rein. Wo ist der ist? Bestimmt wie der Tod. Was? Nein. Der ist im Schiff. Ah, okay. Der Schiff. Der guckt doch irgendwas. Keine Ahnung. Hey, hat jemand die Tür zugemacht? Aua, da ist irgendwas. Ja, so ein Viech. Ich hätte doch den... Was war so ein Viech? Ja, da ist so ein Viech. Der hat's. Hä? Du hast es, glaube ich, auf dem Kopf, oder? Nee. Hab ich nicht. Oh, Glückwunsch. Hi, der ist... Nicht da lang, nicht da lang, nicht da lang. Genau. Wer fängt die Tür zu? Was? Welche Tür? Ach, hier die. Na, wenn du am Boss, lass uns doch mal in Richtung die Tür schließen. Ich hab einen Antritt gefunden. Cool. Raus damit. Ja, stich raus. Alles gut. Wir dürfen nicht da... Ja, aufwickelt! Ja, ich hab mich aufwickelt! Let's go, heute wird geschleppt! Jetzt geht's los. Alter! Ja? Was? Oh, hier ist das Spiel im Regal. Ich kann's nicht... Ja, aber da geht's noch weiter, glaube ich. Nö, Sackgasse. Hier ist ne Flasche Bier und ich kann sie nicht mitnehmen, das ist krank. Und Scheiß. Ja. Immerhin haben wir, äh, Gürtchen. Riefer, Riefer. Immerhin haben wir Gürtchen. Ja, ich, ähm... Hier vielleicht runter? Da bin ich gerade. Da ist nichts. Ja, dann müssen wir wohl irgendwie gegen dieses Vieh kämpfen. Ja, oder wir gehen einfach mit dem bisschen, was wir haben. Ja, das ist aber nicht viel. Die Auto ist abgehauen. Weil wir haben die Quota eh erfüllt. Guck mal rausgegangen ohne mich. Wir haben die Quota eh erfüllt, von daher... Oh, hier oben geht's noch rum? Ja, aber nirgends hin. Aber scheinbar gibt's ja nix. Ah! Im Open World gibt's nur die Bienennester. Schade. Zum Schiff! Ach, da ist das so da drüben. Toll, jetzt habe ich mich verlaufen. Sollte reichen, 307. Wie sieht denn so ein Bienennest aus? Kleine und rund. Äh, da sind wir lauter Bienen drum. Ja, liegen die direkt da oben, oder? Ja, die sind dann wie so'n Ball zusammengefügt. Können wir mit dem Stoppschnitt raufmachen? Nein. Ey! Tschüss! Mach auf! So, wer war's? Wer war's? Keine Ahnung, kann ich sie nicht haben. Ähm, Yeti, warte mal. Wir müssen zurückfliegen. Au, ich werde hier gehauen. Wir müssen zurückfliegen zur Zentrale. Aber ich will den nicht. Müssen wir aber. Wir müssen meine Pickels behalten. Ja, die kannst du ja behalten. Most Paranoid, ich bin immer der Paranoideste, ja. Gar not's nischt. Ja klar, der hat mein Zeug geklaut, ist aber abgehauen damit. So. So. Was ist das jetzt? Das ist die Company. Da müssen wir Sachen verkaufen. Also, Level 10. Also, wichtig ist, wir sollten jetzt ja nicht alles auf einmal verkaufen, weil sonst... Doch, am ersten Tag schon, also im ersten Ding. Okay. Weil wir müssen ja auch einkaufen. Ah ja, und dann einfach, wenn's voll ist, Klingel drücken. Wenn du nix mehr hinlegen kannst. Weiter, bis er aufmacht. Bis er... Ich hab gesagt, bis er aufmacht. Weil sonst kommt sowas. Ich mag meine Pickels behalten. Komm jetzt in den Schrank. Weck jetzt. Jetzt sollte er sie gleich greifen. So war. Wunderbar. Verkauft. Okay. Wunderbar. Ich hab... Hat's beide erwischt? Nee. Weiß ich nicht. Müssen ich. Ich auch nicht. Nö. Ich hab mich hier umgeguckt. Jawohl, 271 von 130. Eine Frage, wo's Glück ist? Ja, er hat geklingelt. Er ist gestorben. Er hat zu oft geklingelt. Ach so. Ja. Ah. Ja, ja. Will ich hier was kaufen? Weiß ich nix. Oder funktioniert das über das Terminal? Was machen wir dann über das Terminal, wenn wir auf dem nächsten Planeten sind? Aha. Ich brauch ne Flashlight. Ich hätt gerne ne Flashlight. Ja, ich auch. Warte, ich kauf gleich für uns alle einen dann. Ich hab gesagt, klingeln, bis er aufmacht. Er hat er aufgemacht. Und er klingelt weiter. Hi, Krytos. Hi. Au, warte, Ivo. Du hättest mir ja sagen können, dass da was... Irgendwie rauskommt. Irgendjemand muss das Zeug doch holen, was wir ihm verkaufen. Ja, aber... Ihr wolltet nicht gespoilert werden, also. Und vor allem, Krytos. Das ist das Gleiche. Wann hab ich ihn gesehen? Der hat doch keine Gesieße aufgemacht hat. Da war es schon zu spät. Was hast du gekauft, JT? Das war ne Scheiße. Der Tassennappe. Nein. Wir sind doch noch nicht mal gelandet. Wir haben doch noch nicht mal einen Mond. Ja und? Der von eben. Wir machen ja die Tassennappen. Dann ist er sowieso auf dem Planeten, wo wir dahin fliegen.